Philipp Kratzschmer Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Philipp Kratzschmer von der Spielzelt Leonberg GmbH. Bei uns ist der Name Programm. Das bedeutet aber nicht, dass wir Zelte verkaufen, Nein, wir eröffnen eines, das Spielzelt Leonberg. Das Spielzelt Leonberg ist die neue Freizeitlocation für Familien mit Kindern im Alter bis circa sieben Jahren. Das Spielzelt Leonberg ist ein Familiencafé mit einem einzigartigen Konzept in einer einzigartigen Location, nämlich dieser beeindruckenden Zeltkonstruktion des Star-Architekten Frei Otto. In diesem kreisrunden, ebenerdig vollverglasten Objekt wird auf einer Gesamtfläche von circa 450 Quadratmetern ein einzigartiger und spektakulärer Kletter- und Spielbereich für Familien mit Kindern entstehen. Mit Rutschen, Trampolinen, Bällebädern, einer Bobbycar-Rennstrecke und allem, was Kinderherzen begehren. Dazu gibt es einen modernen und stylischen Kaffee-Bereich sowie eine Fläche für Events wie zum Beispiel Kindergeburtstage oder andere Veranstaltungen. Während die Kinder also nach Herzenslust den Spielbereich erkunden können, können die Eltern oder auch Großeltern sich endlich mal in Ruhe Gesprächen widmen oder einfach einen Kaffee und leckere Kuchen genießen. Unser Geschäftsmodell sieht dabei Umsätze aus drei Bereichen vor. Zum einen Eintrittspreise, die sich auf dem Niveau vergleichbarer Freizeitattraktionen bewegen. Zum zweiten Umsätze aus dem gastronomischen Bereich, also zum Beispiel dem Frühstücksangebot, Mittagssnacks oder auch unserem Angebot an leckeren Torten und Kuchen. Und zum dritten, die dritte Umsatzsäule, das sind Umsätze aus dem Bereich Events. Dazu zählen unter anderem Kindergeburtstage und da ist die Nachfrage schon vor Eröffnung relativ hoch. Das heißt, wir bekommen hier schon sehr, sehr viele Anfragen. Wenn ich heute von wir spreche, dann meine ich ein Team von vier Personen, das schon seit circa einem Jahr viel Engagement in dieses Projekt steckt und die Vision, die gemeinsam erreichen will, nämlich das Spielzelt zu dem Treffpunkt für Familien mit Kindern in der Region Leonberg zu machen. Wir sind vor circa zehn Tagen mit unserer Facebook-Kampagne gestartet und haben eine überwältigende Resonanz bekommen. Wir haben jetzt schon circa 650 Facebook-Fans, die gemeinsam mit uns der Eröffnung im Januar entgegenfiebern. Und mir bleibt eigentlich nur jetzt zu sagen, ich freue mich, wenn wir heute auch noch ein paar neue Kunden gewinnen können, wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kindern, Enkeln, Freunden, Bekannten und Verwandten zu uns ab dem 3. Januar nach Leonberg ins Spielzelt kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.